Ihr könnt es am Titel schon sehen, ich habe mir wieder neuen Lesestoff besorgt. Und für euch gibt es tatsächlich auch was. Am Ende des Videos verlose ich zwei Bücher. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen. Ich habe ungefähr Anfang des Jahres, war das glaube ich, eine Lese-Challenge ins Leben gerufen, die das ganze Jahr übergehen soll und aus zehn Aufgaben besteht. Ich verlinke euch das nochmal hier oben. Ich bin fleißig dabei abzuarbeiten und seitdem gehe ich tatsächlich auch wieder in die Bücherei. Es war nämlich einer der Punkte in meiner Challenge und ich muss sagen, ich liebe es. Es gibt wirklich kein besseres Gefühl, als da durchzugehen und alle Bücher, die man toll findet, sich in den Korb reinzuziehen und dann einfach rausgehen zu können, ohne zu bezahlen. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Paradies für Leseratten, würde ich sagen. Und deshalb war ich jetzt letztens schon wieder in der Bücherei und habe mir vier neue Bücher geholt. Es ist aus allen Genres etwas dabei. Ich habe hier ein Jugendbuch, einen Thriller, einen Roman und auch Fantasy. Und wie schon angekündigt, gibt es sogar für euch auch noch etwas zu gewinnen am Ende des Videos. Das erste Buch, was ich mir geholt habe, ist ein Thriller und zwar von Gillian Flynn, Crybaby. Von Gillian Flynn ist ja auch Gone Girl. Das Buch habe ich ehrlich gesagt nie gelesen. Ich habe den Film gesehen, fand den Film richtig, richtig gut. Und seitdem denke ich immer, hey, ich muss unbedingt nochmal was von Gillian Flynn in die Finger kriegen. Da es ja keine anderen Verfilmungen gibt, unbedingt mal das Buch. Und Crybaby stand da heute in der Bücherreise rum, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Hier geht es um eine Frau, die von oben bis unten sich selber mit Wörtern, ja, einritzt. Außerdem geht es darum, dass in der Stadt dieser Frau zwei Teenager brutal ermordet wurden und sie das Ganze recherchieren soll. Dabei stößt sie nicht nur auf die Geschichte dieser beiden Teenager, sondern muss sich auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die selber ziemlich angsteinflößend ist. Dabei stößt sie nicht nur auf die Geschichte dieser beiden Teenager, sondern muss sich auch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, die selber ziemlich angsteinflößend ist. Ich muss ehrlich sagen, mit dieser Inhaltsangabe kann ich noch nicht so viel anfangen. Das ist hier auch selber total kryptisch geschrieben. Ich bin also super, super gespannt. Vor allem, es ist zum Glück kein so dickes Buch. Ich glaube, das kann man sehr schön mal weglesen. Ich habe demnächst auch wieder drei Tage Urlaub. Mal gucken, ob ich mich dann an den Thriller wage. Ansonsten wird er auf jeden Fall in nächster Zeit auch hier auf dem Kanal besprochen werden. Das nächste Buch, was ich hier habe, ist wieder ein sehr dünnes. Und zwar von Neil Gaiman, Der Ozean am Ende der Straße. Das Buch ist mir irgendwie so ins Auge gesprungen. Es stand im Regal einfach so rum. Ich habe ehrlich gesagt noch nie vorher von dem Buch gehört. Ich kenne natürlich den Autor Neil Gaiman als einen der besten Fantasy-Autoren unserer Zeit. Er schreibt wirklich sehr fantastische Werke, hat eine unglaublich große und auch teilweise skurrile Fantasie. Und hier die Inhaltsangabe besagt auch irgendwie nicht so viel. Es geht darum, dass dort ein Ententeich ist. Und naja, Letty, wer auch immer Letty ist, behauptet, dieser Ententeich ist gar kein Ententeich, sondern ein ganzer Ozean. Und durch ihn hindurch kommt man in eine geheimnisvolle Welt. Klingt schon mal ziemlich spannend. Ich finde, es ist sowas wie eine Mischung aus Narnia. Und ich habe auch keine Ahnung. Also vom Titel her erinnert mich das irgendwie so an das Restaurant am Ende des Universums von Douglas Adams. Also eine total bunte Mischung, die ich hier schon so im Kopf habe, wenn ich diesen Titel nur sehe und die Inhaltsangabe lese. Ich bin super, super gespannt drauf. Vor allem auch, weil es tatsächlich, ich gebe es beschämt zu, mein allererstes Neil Gaiman Buch ist. Also wenn ihr schon mal was von ihm gelesen habt, dann lasst es mich hier unten in den Kommentaren unbedingt wissen. Und sagt mir auch, was euer Lieblingsbuch von Neil Gaiman ist. Weiter geht es mit dem obligatorischen Roman, den man ja immer dabei haben muss. Ich habe mich hier für einen entschieden eines Autors, von dem ich immer noch nicht wirklich weiß, ob ich ihn jetzt mag oder nicht. Es ist total skurril, ich erwähne das immer wieder in meinen Videos, wenn ich mal wieder ein Buch von ihm gelesen habe, was eigentlich schon alles sagt. Denn ich habe tatsächlich, ich glaube mittlerweile fünf oder sechs Bücher des Autors gelesen. Jedes Mal sage ich nachher, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut fand, aber irgendwie hole ich mir dann doch das nächste Buch wieder. Diesmal ist es von Nick Hornby How to be Good geworden. Ich glaube, ich habe jetzt so langsam tatsächlich auch fast alle seine Werke durch. In How to be Good geht es um eine Ärztin, um eine Frau, die eigentlich mitten im Leben steht. Sie hat eine Familie, sie hat zwei Kinder und ja, eben einen guten Job. Allerdings bricht das totale Chaos in ihrem Leben aus, als sie auf den Heiler DJ Good News trifft. Ja, der Typ heißt wirklich Good News. Also total skurril. Und ich glaube, es ist wieder eine typische Nick Hornby-Geschichte. Wahrscheinlich ein bisschen schwarzhumorig, wahrscheinlich ein bisschen trocken britisch erzählt, aber irgendwie auch total tiefgehend. Meistens ist ja doch eine sehr traurige Geschichte hinter seinen Büchern versteckt. Und insgesamt ist es doch immer lebensbejahend. Ich bin also sehr gespannt, wie How to be Good sich entpuppen wird, ob es dann doch wieder ein Buch ist, wo ich im Endeffekt sage, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut fand, aber ich hole mir mal das nächste des Autors. Irgendwas muss er ja haben, dass ich ihn immer weiterlese. Ich weiß auch nicht, warum. Aber so geht es dann halt weiter mit How to be Good. Das nächste Buch, was ich mir geholt habe, ist ein Jugendbuch. Ich habe es schon angekündigt und ich habe das Buch auch selber schon vorgestellt in einem meiner Neuerscheinungen des Monatsvideos. Und zwar habe ich gesagt, das Buch klingt nach einer unglaublich herzzerreißenden Geschichte, die wunderschön ist und wahrscheinlich einfach eine schöne Geschichte auch zum Weglesen jetzt im Sommer. Es geht um Mein Herz wird dich finden. Das Ganze sieht vom Cover her ein bisschen kitschig aus, muss ich zugeben. Es hat halt diesen Goldrelief hier, aber gut. Titel ist ja auch ein bisschen kitschig, von daher passt es ja. Es geht hier um Mia und Noah, die sich ineinander verlieben auf den ersten Blick sozusagen. Und eigentlich sollte alles zwischen den beiden gut sein, aber ist es nicht. Denn Mia weiß ein bisschen mehr als Noah. Ihr damaliger Freund Jacob ist bei einem Autounfall gestorben. Er war eigentlich Mias große Liebe und natürlich trauert sie ihm noch hinterher. Jacob war Spender, Organspender. Und wer hat sein Herz bekommen? Ausgerechnet Noah. Mia ist von den beiden die Einzige, die es weiß. Und jetzt steht sie in diesem Konflikt. Liebt sie Noah eigentlich nur wegen Jacobs Herz? Oder liebt sie ihn wegen sich selbst? Sollte sie ihm sagen, dass er das Herz ihres Ex-Freundes hat? Oder sollte sie es besser verschweigen? Und wenn sie es verschweigt, kommt es irgendwann raus? Und was wird dann passieren? Eine Geschichte, die sich viel mit Fragen der Moral beschäftigt, aber natürlich vor allem auch mit Liebe und eine schöne Jugendgeschichte ist, denke ich mal, die ganz typisch davon handelt, wie es eigentlich ist, sich das erste Mal mit dem Tod auseinanderzusetzen, sich das erste Mal mit einer neuen großen Liebe auseinanderzusetzen und wie man eigentlich seinen Platz im Leben findet. Ich freue mich sehr drauf, ich habe richtig Bock auf das Buch, muss ich sagen. Und ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, mit welchem der vier Bücher ich als erstes anfangen soll. Vielleicht habt ihr ja Bock, mir dabei zu helfen und hier oben in der Umfrage abzustimmen, welches der Bücher ich als erstes lesen und darüber dann auch hier berichten soll. Lasst es mich wissen mit einem kleinen Klick. Ansonsten habe ich euch versprochen, es gibt etwas zu gewinnen. Und zwar habe ich zwei Exemplare des Fantasy-Romans Willkommen in Night Vale hier. Das Ganze ist wahrscheinlich einer der witzigsten und skurriersten Fantasy-Romane des Jahres. Es ist auf jeden Fall schon vom Cover und vom Titel her super, super skurril und auch vom Inhalt. Es geht halt um die Stadt Night Vale, die absolut keine gewöhnliche Stadt ist. Dort lebt so ziemlich alles Supernatürliche, was man sich nur vorstellen kann, von Wehrwölfen, Gestaltwandlern, Vampiren, was auch immer. Alle miteinander zusammen in dieser Stadt. Aber das ist nicht mal unbedingt das Ungewöhnliche. Die Geschichte fängt an, als ein Unbekannter in das dort eingesessene Funthouse geht. Er verpfändet einen Zettel, auf dem nichts steht, außer einen Namen einer Stadt. Ich habe keine Ahnung, wie man so einen Zettel verfänden kann, aber er tut es. Und als dieser Unbekannte die Stadt wieder verlässt, haben komischerweise plötzlich alle schon wieder vergessen, dass er überhaupt jemals da war. Abgesehen vom Pfandleiher, der diesen Zettel nicht mehr aus der Hand legen kann und beschließt, herauszufinden, was es damit auf sich hat. Der Auftakt zu einer unfassbar spannenden Geschichte, zu einer unfassbar skurrilen Geschichte und zu einer ganz, ganz fantasievollen Geschichte. Und ich glaube, ein Buch, was wirklich Spaß macht. Wenn man Lust hat auf Fantasy-Geschichten, dann ist Night Vale wahrscheinlich genau das Richtige. Und deshalb verlose ich gerne zwei Exemplare hier an euch. Alle Bedingungen dazu findet ihr nochmal hier unten in der Infobox, wie natürlich auch alle Infos zu den Büchern selber, die ich hier vorgestellt habe und auch zu dem, was ich verlose, sodass ihr nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück, drücke die Daumen fürs Gewinnspiel und sag mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und lest was Schönes. Ciao!